In diesem CreoVen-Ratgeber, was sind Hagger-Deckenventilatoren? Immer wieder verwenden wir in unseren Artikelbeschreibungen den Begriff Hagger-Deckenventilator. Was ist damit gemeint und worin unterscheiden sich diese Belüfter von herkömmlichen Deckenventilatoren? Modelle mit der Zusatzbezeichnung Hagger sind Deckenventilatoren, deren Motorgehäuse direkt an der Decke befestigt wird. Während herkömmliche Deckenventilatoren über eine Deckenhalterung und ein Kugelgelenk mittels Deckenstange an der Decke gehalten werden, wird bei den sogenannten Hagger-Modellen das Motorgehäuse mittels Deckenhalterung direkt an der Decke verschraubt. Daraus ergibt sich ein geringerer Abstand zwischen Ventilatorflügeln und Decke. Außerdem verringert sich die Gesamthöhe des Deckenventilators. Besonders häufig kommen diese Modelle in Räumen mit niedriger Deckenhöhe zum Einsatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017